So Freunde, jetzt gibt es die Pyroland Bengalissima. Das ist ein riesiger Verbund. Ich glaube, brennt da so um die 20 Sekunden. Das wird jetzt gleich richtig scheppern. Ja Freunde, wie ihr es kennt, auch mein Endfazit Bengalissima. Für mich mit einer der schönsten Verbünde, die Pyroland hat. Aber natürlich nicht gerade der günstigste. Aber es ist der helle Wahnsinn. Ihr habt es ja gesehen. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020